Hey und herzlich willkommen hier in Juraikos Staubstube zu einem weiteren Deep Talk. Ein Podcast ohne roten Faden, reines Gedankenlabern, gleich rein, ohne wirklichen Plan. Kein Problem. Erstmal ein paar Worte zum letzten Deep Talk, der erste seit zwei Jahren. Depression, huuuh. Man hat das Gefühl, wenn man hier so 40, 50 Minuten sitzt, und das ohne Plan, dass man einfach nur ganz großen Käse vor sich hin redet. Und meistens ist das auch so, und auch beim Depressions-Deep Talk wird das der Fall gewesen sein, aber im Endeffekt kann man dann doch irgendwie was aus der Sache rausnehmen, das man gut findet. Und ich mochte es im Endeffekt dann doch und im Nachhinein ganz gerne, dass ich es gemacht habe und es hat mir einfach geholfen. Natürlich, als hätte man sich die Uhr danach gestellt, als würde man wirklich eine Studie damit beweisen wollen. Sobald man einen Depressions-Deep Talk-Podcast veröffentlicht, finden sich darunter, also ich bin dankbar, dass es darunter Kommentare gab, wirklich, dass sich Leute dazu geäußert haben. Aber du hast natürlich, wenn du über so ein Thema redest, hast du direkt das 1x1 des Internet-Bullshits, was Advice für Depressionen und ähnliche Themen angeht, hast du in den Kommentaren vertreten. Also wirklich 1x1. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass du genau die Kommentare kriegst, die du erwarten würdest. Sehr unterhaltsam. Werde ich auf jeden Fall in einem zukünftigen Themenverwandten-Deep Talk nochmal Bezug drauf nehmen, aber nicht heute, denn heute geht es um Zeit. Ja, genau. Ich habe jetzt hier gerade wieder 30, 40 Minuten damit zugebracht, irgendwie das Licht hinzubekommen. Es sieht trotzdem aus wie Arsch. Das ist typisch Staubstube, typisch garantiert geistlos. Aber es funktioniert irgendwie. Es geht ja hier auch nicht um die Optik. Ein Glück. Aber Zeit ist ebenfalls ein Deep Talk, den ich schon seit ein, zwei Jahren machen möchte und offensichtlich befinden wir uns gerade in einer sehr aktiven Zeit der Staubstube. Offensichtlich befinden wir uns gerade in einer Zeit des Bullshit-Talkens, denn ich hatte Lust, mal über Zeit mit euch zu sprechen. Ein Gut, von dem wir viel, viel zu wenig haben, gerade heutzutage. Und das ist durchaus was Gutes, denn wir werden mit positiven Dingen und mit unterhaltsamen Dingen zugebombt. Aber da bleiben manchmal die wichtigen Sachen auf der Strecke. Steigen wir gleich ein. Ich finde, dass Zeit, und das habe ich gerade schon gesagt, eine sehr problematische Ressource ist. Gerade als arbeitender Mensch, und man muss heutzutage so 35, 40 Stunden arbeiten, das ist nicht wirklich viel anders finanzierbar in vielen Berufen. Und dann ist man eben einfach ganz tags angestellt und dann ist der Großteil des Tages weg, wenn man mit der Arbeit fertig ist. Ich persönlich habe bis vor kurzem 39 Stunden gearbeitet und habe jetzt auf 35 runtergeupgrade, das ist eine Stunde weniger am Tag. Und das macht sich dann schon bemerkbar, vor allem, wenn die Arbeitswege auch kürzer sind. Aber nichtsdestoweniger ist man natürlich den Großteil des Tages auf der Arbeit, es sei denn, man ist in der privilegierten Homeoffice-Bubble. Es sei denn, man macht natürlich auch arbeitstechnisch was, was man sehr genießt, sodass dann die Privatzeit und die Arbeitszeit ineinander fließen. Aber in der Regel ist der Großteil des Tages mit der Arbeit beschäftigt. Und wenn man dann nach Hause kommt und ordentlich Schlaf auch halbwegs pflegen möchte, dann hat man vielleicht so 5, 6 Stunden maximal am Tag zur Verfügung für alles, was nicht die Arbeit betrifft. Teilweise dennoch noch Arbeitsdinge, aber das sind so, dass es dann so die Privatzeit nennen wir das mal so. Und das ist gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, was heutzutage alles, und ich spreche jetzt erstmal nur von der Bubble Deutschland, ich spreche jetzt nicht von schwierigeren Ländern, anderen Ländern, andere Kulturkreise, sondern ich bleibe jetzt erstmal in meiner Bubble. Das ist dann gar nicht mal so viel, wenn man bedenkt, was da alles so zu erledigen ist. Denn in unserer Privatzeit müssen wir hoffentlich den Haushalt auch erledigen. Man muss ab und zu mal aufräumen, ab und zu mal putzen. Man muss Wege erledigen, man muss einkaufen, man muss vielleicht Amtstermine wahrnehmen, man muss vielleicht ab und zu mal zum Friseur, zum Zahnarzt, Kleidung kaufen, was auch immer, Lebensmitteleinkäufe. Alles das ist in dieser Zeit zu erledigen. Man möchte gegebenenfalls, wenn man sie dann besitzt, Freunde treffen, Familie treffen, irgendwie was in die Richtung, Sozialkontakte pflegen. Das ist ein Punkt. Gegebenenfalls verbringt man seine Zeit mit popkulturellen Medien, wie Videospielen, Filmen, Cartoons, Anime, Büchern, Musik, Solche Sachen, das bringt man da alles mit rein und da gibt es einiges. Viele von euch werden mit Netflix vertraut sein. Da ist Zeit rein zu investieren. Man hat viele Videospiele gegebenenfalls. Man hat Steam, man hat solche Sachen, die um die Zeit kämpfen. Und gegebenenfalls ist man ja auch selbst noch in irgendeiner Weise privat tätig. Man schreibt vielleicht, man schreibt an seinem Buch, man schreibt an diesem und jenen. Man macht vielleicht Videokram, man macht vielleicht Musik, man macht vielleicht Pen und Paper mit den Freunden. Das ist sehr zeitaufwendig. Man macht kreative Sachen. Dann gibt es viele Menschen und zu denen gehöre ich mit Sicherheit nicht. Aber es gibt sie, die Sport und Fitness und dergleichen betreiben in ihrer Privatzeit, damit sie nicht mit 50 auf dem Sterbebett liegen. Das ist da unterzubringen und das machen sie täglich oder drei, vier Mal die Woche. Das fällt also auch mit in diese fünf, sechs, sieben Stunden, die man maximal hat nach der Arbeit. Und viele haben einen Partner, eine Partnerin. Da wird Zeit rein investiert. Man möchte und muss vielleicht Fortbildungen, Weiterbildungen, was für seine Bildung tun. Man lernt gegebenenfalls eine Sprache. Das passiert dann auch in dieser Zeit. Man hat gegebenenfalls Haustiere. Die brauchen ihre Aufmerksamkeit und brauchen ihre Zeit. Und wenn man auch neben dem Job noch einen Teilzeitjob oder eine weitere Einkunft macht, wenn man privat dann tatsächlich auch Geld hinzuverdient, indem man zeichnet, indem man irgendwie Commissions macht, indem man Musik macht, fällt das dann natürlich noch mit rein. Und der Punkt von dem, was ich sage, ist, glaube ich, dass die Pflichten und die Tätigkeiten und die möglichen Zeitfresser groß sind an der Zahl, aber die Zeit hingegen gering und Tendenz abnehmend. Das ist mal der kontroverse Einstieg, der euch allen bewusst ist in dieses Thema. Und ich habe in den letzten vier, fünf Jahren gemerkt, dass das zunehmend ein Problem ist. Erwachsene erzählen uns als Kinder immer, genieße deine Zeit, genieße deine Ferien, genieße deine Schulzeit. Es kommt nicht wieder, dass du so viel Freiraum hast, was Aktivitäten angeht, was deine Laune angeht an einem Tag. Was möchtest du heute machen? Was möchtest du die nächsten drei Wochen machen? Das kommt nicht wieder. Und wir haben das vielleicht immer für ein bisschen übertrieben gehalten, aber es ist so. Sobald du erwachsen bist und in einem Arbeitsverhältnis stehst und von den Zahnrädern des Lebens zermalmt wirst im Alltag und in dem, was so dazugehört, erwachsen zu sein, dann hast du nicht mehr viel Zeit zur Hand. Und das ist erst recht wahr, wenn du eine Familie hast, wenn du eine Partnerin hast, wenn du einen Partner hast und vielleicht dann sogar noch Kinder hinzukommen. Und dann ist es ganz vorbei. Das muss ich, glaube ich, auch niemandem erzählen. Dann ist es vorbei. Dann lebst du für das Kind und die nächsten 20 Jahre sind verbucht. Schluss. Dann hast du vielleicht eine Stunde am Tag für Videospiele und all die anderen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe. Nun befinde ich mich in der glücklichen Situation, sicherlich keine Freundin und auch kein Kind zu haben. Und dennoch habe ich in den letzten vier, fünf Jahren festgestellt, es ist eine verdammt knappe Ressource. Und es gibt so viele Dinge, die damit in Einklang zu bringen sind. Und da hilft es einem nicht gerade, wenn man in seinen Leidenschaften nicht wirklich eng abgesteckt ist und man seine Leidenschaften nicht an einer Hand abzählen kann. Das ist dann ein Problem. So, es gibt viele, die sind Videospiel-Nerds. Und dann gibt es vielleicht, dann spielen sie League of Legends und Counter-Strike, das spielen sie dann und darauf fokussieren sie sich. Oder es gibt viele, die sind nur Film-Nerds. Die gucken dann einmal am Tag, versuchen sie sich einen Film anzugucken, vielleicht vier, fünf Mal die Woche. Aber kein Problem. Dann gibt es Leute, die verbringen ihre Freizeit dann mit Netflix. Die zappen einfach durch Netflix und gucken, was geht da so. Es gibt Leute, die spielen nur Pen & Paper. Es gibt Leute, die machen dann nur Sport, hören vielleicht ein bisschen Musik dabei und der Tag ist abgeschlossen und das ist okay. Was macht man dann aber nun, wenn man Anime mag, wenn man Manga mag, wenn man Cartoons mag, wenn man Comics mag, wenn man Bücher mag, wenn man Filme mag, wenn man Serien mag, wenn man Pen & Paper mag, wenn man Videospiele mag, wenn man versucht Videos zu machen, so ein, zwei, dreimal die Woche was rauszuhauen in jede Richtung, wenn man ab und zu tatsächlich nochmal den ein oder anderen raren Freund treffen möchte, wenn man was für die Arbeit macht, wenn man was für seine Bildung macht, was macht man denn da, wenn man einfach allen Medien verfallen ist? Ja, dann wird das ganz schön schwierig, so mit fünf, sechs Stunden am Tag. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass sich das alles aufs Wochenende verlagert. Ihr kennt ja vielleicht das Motto, Living for the Weekends. Don't live for the Weekends. Das ist ein großer Fehler der eigenen Lebensplanung, wenn man nur fürs Wochenende lebt, wenn man quasi die fünf Tage so auf Durchzug schaltet und dann beim Wochenende alles rauslässt. Schwierig, ganz schwierig. Habe ich, wie die meisten, auf die harte Weise festgestellt, dass es einfach in den unangenehmeren Jobs in den letzten Jahren so lief, dass man dann die fünf Tage einfach durchpowert, abends vielleicht mal eine Stunde ein Videospiel anmacht, was isst und dann schnell ins Bett. Und dann am Wochenende, das sind zwei Tage, kommt alles zusammen. Du machst die Hausarbeit am Wochenende, du machst den Abwasch am Wochenende, du wäschst deine Wäsche, putzt, willst dann natürlich ein paar Videospiele spielen, willst dann vielleicht mal ein paar Stunden endlich in deine Videospiele buttern, willst vielleicht endlich diesen Film gucken, musst natürlich auch noch beim Anime ein bisschen aufholen, willst ein paar Folgen schauen, willst diesen neuen geilen Cartoon gucken, surfst natürlich auch parallel auf YouTube und Reddit, was für herrliche Zeitfresser, Reddit, der größte Fehler abends vorm Schlafen, Reddit anzumachen, kommen wir später noch darauf. Schön einfach mal ein bisschen Reddit-Pausen, zack, zwei Stunden vorbei. Du willst endlich im Buch weiterkommen, du machst selbst ein bisschen was fürs Video, hast du unter der Woche nicht geschafft, hattest du keine Motivation für, aber jetzt am Wochenende versuchst du ein bisschen was für die Staubstube zu machen, ein paar Videos, kein Problem. Schreibst ein bisschen was, du schreibst ja auch schon seit fünf Jahren an deinem Buch, weil du einfach nicht dazu kommst, schreibst, schreibst, schreibst und zack, sind zwei Tage vorbei. So. Das ist zu viel für zwei Tage. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht alles in diese zwei Tage pressen. Du bist jeden Sonntagabend dann frustriert, wo sind die zwei Tage hin? Jetzt ist das Wochenende schon wieder vorbei und jetzt stehen mir wieder fünf Arbeitstage bevor. Unangenehm. Unangenehm. Bin ich immer noch, immer mal wieder in dieser Spirale. Müssen wir gar nicht lange drüber reden, ist so. Und es gibt viele Aspekte des Lebens, die darunter leiden, wenn man so erdrückt wird von Tätigkeiten und Optionen und wenn die Zeit ein so rares Gut darstellt. und allen voran Schlaf. Schlaf ist das erste Opfer in dieser Schachpartie gegen die Zeit. Schlaf. Schlaf fällt als erstes raus, wird als erstes vom Feld genommen und das jeden Zug wieder. Jeder Bauer ist Schlaf. Um hier mal die seltsamsten Metaphern auszupacken. Denn eigentlich sollte man ja, also acht Stunden muss man vielleicht nicht unbedingt schlafen, aber sieben Stunden so in der Nacht sind schon ganz gesund. Und so sechs sollten es schon minimal jede Nacht sein, wenn man älter als 43 werden möchte. So, das ist schon eine ganz gute Voraussetzung. Und das ist schwierig, wenn man zum Beispiel, Extrembeispiel, wenn ich wirklich einen längeren Arbeitsweg habe und Spätschicht, dann ist man vielleicht 17 Uhr zu Hause. Und man muss am nächsten Morgen aber auch wieder sechs, sieben Uhr raus, um dann acht Uhr, acht Uhr dreißig bei der Arbeit zu sein. Das so als Fallbeispiel. Und dann hast du so von 17 Uhr, wenn du, sagen wir mal, wenn du sieben Stunden willst, acht Stunden habe ich schon längst aufgegeben, aber wenn du sieben Stunden willst, musst du dann spätestens null Uhr schlafen. Besser wäre eigentlich 23 Uhr, denn man legt sich ja nicht ins Bett und macht nur und schläft sofort ein. So, das funktioniert nicht. Dann sollte man schon 23 Uhr schlafen. Das wäre schon ganz gut. So, und es ist auch eher selten, dass man erst sieben Uhr aufstehen kann. Meistens steht man sechs Uhr auf. You get what I mean. Und dann hat man jetzt mal in diesem Fallbeispiel 17 Uhr bis, sagen wir mal, 23 Uhr, jetzt ganz optimistisch, wären das so sechs Stunden. Sechs Stunden an Zeit. So, und dann kommst du nach Hause und musst erst mal, du musst ja auch erst mal dich erholen. Wenn du nach einem Acht-Stunden-Tag, Sieben-Stunden-Tag nach Hause kommst, dann Arbeitsweg, du musst erst mal runterfahren und machst erst mal einen Computer an oder setzt dich aufs Sofa, liest ein Buch. Erst mal für eine halbe bis ganze Stunde runterfahren. YouTube ein bisschen was essen. Fünf Stunden übrig. Jetzt fängt's an. Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem wertvollen Abend, der gering ist an der Zeit? Spielst du dieses eine Videospiel weiter? Spielst du Elden Ring auf der Playstation 5 weiter? Spielst du ein Rollenspiel weiter? Dann plan mal wenigstens eine Stunde ein. Oder guckst einen Film. Oder guckst eine Serie. Bleiben wir mal bei einer Stunde. Guckst eine Serie. Du willst eine Stunde gut verbringen für dich. Oder guckst dieses eine YouTube-Video, was du schon lange vorgenommen hast, was eine Stunde geht. Oder liest ein bisschen im Buch weiter. Eine Stunde weg. Vier Stunden übrig. Du musst unbedingt ein bisschen Hausarbeit machen. Das Geschirr stapelt sich. Du musst endlich mal wieder putzen. Musst einfach ein paar Sachen wegräumen. So ein paar Routinesachen. Nichts Großes. Kein ganzer Wohnungsputz, den du vielleicht am Wochenende machst. Aber so ein bisschen war es schon. Eine halbe Stunde weg. Hast noch dreieinhalb Stunden. Ja, und dann bist du vielleicht ein bisschen produktiv. Dann versuchst du vielleicht ein Video zu machen. Versuchst vielleicht ein bisschen was zu schreiben. Versuchst ein paar Fotos zu machen, wenn du Fotograf bist. Und das dauert dann schon mal so seine eins bis anderthalb Stunden. Hast vielleicht noch zwei Stunden übrig, bis du tatsächlich dann schlafen musst. Du musst ja auch ein bisschen Körperhygiene betreiben. Meistens. Duschen wäre schon ganz nice. Vielleicht sogar in die Wanne gehen. Einmal in der Woche. Und das kostet Zeit in der Regel. Dann musst du dich vielleicht auch noch mal rasieren. Muss noch mal ein bisschen die Fingernägel schneiden. Alles, was so dazugehört. Na, die selbstverständlichen Sachen. Vielleicht machst du dir auch die Haare, wenn du eine Lady bist. Oder wenn du ein Mann bist und lange schöne Haare hast. Machst du dir die Haare. Und du willst ja vielleicht auch Abendessen gegebenenfalls. Und da können zwei Stunden dann schon so an der Grenze knacken, wenn du danach im Bett liegen möchtest und zur Ruhe kommen möchtest. Es ist schwierig. Ganz, ganz schwierig. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Einfache Frage, man vernachlässigt. Einfache Antwort, man vernachlässigt seinen Schlaf. Man stretcht den Schlaf, das ich muss jetzt im Bett liegen. Diese Grenze stretcht man immer weiter nach hinten, bis man merkt, es ist zu spät und ich leide unter Schlafmangel und gehe immer später schlafen. Dann lege ich mich ins Bett. So, jetzt mal Fallbeispiel. 22 Uhr sage ich mir, okay, jetzt fällt der Hammer. Jetzt liege ich im Bett. 23 bis 23.30 Uhr wäre es schön, wenn ich dann so Licht aus, Computer aus, Handy weg, das war's. Und zu oft passiert es mir noch, dass ich dann auch mal auf dem Handy noch mal Reddit aufmache, kurz slash.de, um noch mal zu gucken, was passiert denn gerade so in Deutschland. Und du machst Reddit quasi nie kurz auf. Es ist nicht so, es gibt dieses, ich mache mal kurz Reddit auf, das funktioniert nicht. Du gehst einmal auf die Hauptseite, siehst fünf Artikel aus, fünf Subredits weltweit, die interessant sind, Movies, Horror, Anime, Wohnen, was auch immer. Und da klicke ich mal drauf und lese mir die Kommentare durch. Drei weiterführende Links. Es funktioniert nicht. Reddit aufmachen, ganz, ganz schlimm. Oder du guckst noch mal ein bisschen, callst noch mal ein bisschen auf YouTube durch, am Laptop oder am Handy, wenn du einschläfst. Und dann das Schlafengehen, das verzögert sich weiter nach hinten. Und du denkst dir dann einfach vielleicht, fuck it, scheiß drauf, ich lese mir das jetzt noch durch, passt schon. Und dann hast du vier, fünf Stunden Schlaf. Jede Nacht. Wenn du Glück hast, wenn du Insomnia hast, wenn du Schlafprobleme hast, wie ich zum Beispiel seit Jahren, das nicht nur durchschwertet ein Handy, aber auch, keine Frage, dann hast du vielleicht auch mal zwei, dreimal die Woche drei Stunden Schlaf. Oder weniger. Und dann wird es schwierig. Und dann merkst du, dass deine Konzentrationsfähigkeit, deine Geduldsspanne, deine sprachlichen Fähigkeiten, bei mir seit fünf, sechs Jahren lassen sie nach, ich stottere, das lässt nach und das zeichnet dein Gehirn. Und gerade am Wochenende hat man das Phänomen, dass man den Revenge-Schlafentzug hat. Dass man sich quasi an sich selbst dafür rächt, dass man die Woche lang über für nichts Zeit hatte. Oder das macht man teilweise auch wochentags über. Man rächt sich selbst und bei seinem Schlaf dafür, dass man für nichts Zeit hatte tagsüber. Oder dass man unter der Woche nichts Zeit hatte. Und bleibt so lange wie nur möglich auf, um alles reinzustopfen. Und um so viel zu machen, wie es nur geht, bis der nächste Tag beginnt. Das heißt, man bleibt dann Freitags und Samstag, das ist zumindest so mache ich das, was man ja eigentlich nicht machen soll. Man soll ja jede Nacht regelmäßig schlafen gehen für den guten Schlaf, aber man bleibt dann Freitags bis drei Uhr morgens auf. Bis drei Uhr morgens Samstag oder Samstags noch mal bis zwei Uhr morgens. Bis es wirklich nicht mehr geht und der Körper einfach downshuttet. Dass man sagt, okay, du musst jetzt schlafen gehen. Es geht nichts mehr, dir fallen die Augen zu. Du musst schlafen gehen. Und bis dahin stretchst du es. Und du versuchst alles reinzudrücken, um an dir selbst zu rächen, was ja keinen Sinn ergibt. Denn dann wachst du am nächsten Tag erst viel später auf. Wenn du drei Uhr morgens schlafen gehst, dann wachst du wahrscheinlich erst zwölf, dreizehn Uhr auf. Und wenn du früher aufwachst, bist du total kaputt. Auch das passiert. Aber dennoch könnte ich mich nicht dazu bringen, freitags, weil es gesund und richtig und vielleicht sinnvoll ist, 23 Uhr im Bett zu liegen und Schluss. Das geht einfach nicht. Das ist meine Wochenendzeit, dieses zweimal Freitag und Samstag, wo ich lange aufbleiben darf. Und wo ich ganz viel reinstretchen kann. Wo ein langer Abend mir bevorsteht. Und das ist schon irgendwie traurig. Es ist ungesund und es sind nur diese zwei Tage, weswegen auch die Viertagewoche eine so sinnvolle und gesellschaftsträchtige Idee wäre. Aber das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nirgendwo so wirklich kommen. Außer vielleicht in der IT-Bubble mancher Firmen. Und das ist schade so. Und wenn du dann auch so viele Sachen wie etwa den Hausputz oder das Produktivsein in Videos, Bücher, Musik, Zeichnen, was auch immer, wenn du das dann auch alles noch aufs Wochenende schiebst, du merkst, du bist eigentlich in diesen zwei Tagen, in denen du dich erholen solltest, die so als runterfahren gedacht sind, du bist nur unter Stress. Du bist nur unter Stress und Zeitdruck. Und ich muss bis Sonntagabend auch noch das schaffen und das schaffen und das schaffen. Sonst habe ich es wieder an dem Wochenende nicht geschafft. Die zwei Tage, die ich zur Verfügung hatte, dann trage ich es wieder fünf Tage vor mir her. Und es wird mehr und mehr und mehr. Und es kommt noch das hinzu. Und du willst auch mal wieder diesen Freund besuchen. Und du musst auch mal wieder die anderen Freunde, die nicht in deiner Stadt wohnen, sondern deutschlandweit verteilt, musst du auch mal wieder anschreiben. Sonst versiegt diese Freundschaft. Das ist so viel. Und du bist nur unter Stress. So. Und das kann sehr schnell zu Frust führen und zu Unzufriedenheit, weil man ständig seinen eigenen Zielen hinterher rennt. Und dann sind wir wieder bei der Popkultur. Kommen wir noch mal zum Thema Popkultur zurück. Wie soll man sich eigentlich für ein Konsummittel entscheiden? An einem Abend, an zwei Abenden über eine Woche? Wie soll es funktionieren, wenn man zugebombt wird seit fünf bis zehn Jahren mittlerweile schon, von allen Seiten zugebombt wird mit Zeitfressern, die alle gleich interessant sind, die alle irgendwie spannend sind und die man alle irgendwie gesehen haben muss. Du hast viele großartige Anime, aber so ein Anime hat zwölf Folgen zu 30 Minuten oder 24. Filme. Filme ohne Ende, wenn du Filme magst. Du guckst viele Filme, aber aktuell geht so ein Film im Schnitt zwei Stunden. Das sind zwei wertvolle Stunden an einem Abend. Das musst du erst mal leisten können. Netflix. Du kannst dich da durchsquallen und das ist eine Todesfalle. Serien, Realserien. Da geht eine Folge eine Stunde in der Regel. Und es gibt so viele interessante Serien, nicht nur von Netflix, von Disney Plus und Amazon und Prime und wie sie alle heißen. Und sie drängen alle um deine Zeit. Aber du willst auch produktiv sein und willst dich mal hinsetzen und was machen. Aber es gibt auch so viele Bücher, die man lesen könnte. Und Comics und Manga. Ach, wie viele Manga es gibt. Und du willst auch was fürs Pen & Paper machen. Und es ist, wie soll es funktionieren? Wie soll es funktionieren? Die meisten haben dann nur ein oder zwei Leidenschaften und schmeißen dann Anime und Bücher alles weg und konzentrieren sich dann auf Gaming. Aber selbst im Gaming gibt es ja so viel. Es gibt so viele Indie-Spiele. Es gibt so viele AAA-Spiele. Und alleine Elden Wing ist ein solcher Zeitfresser, an dem ich seit Wochen sitze und nicht vorankomme. Und diese ganzen Open-World-Spiele. Und es ist so viel. Und man fühlt sich schlecht und schuldig gegenüber seinen anderen Leidenschaften, dass man sie so vernachlässigt. Und dass man sich seit Jahren sagt, ich gucke jetzt endlich mal wieder mehr Anime, aber man tut es nicht. Oder ich gucke jetzt endlich mal wieder mehr Filme, aber man tut es nicht. Denn man produziert. Und man hat doch diese ganzen anderen Verpflichtungen. Und dann kommt man mal zwei, drei Wochen dazu, nicht Staub zu wüchten in der Wohnung. Man denkt sich, was bist du eigentlich für ein Assi? Hier liegt überall Staub rum. Putz doch mal wieder. Aber du kommst einfach nicht dazu. Und man hat dann diese Schuldgefühle. Und letztendlich muss man sich irgendwann, glaube ich, einfach zumindest in Bezug auf Popkultur einfach sagen, dass es okay ist, vielleicht ein oder zwei Leidenschaften nicht täglich, wöchentlich oder auch nur monatlich zu füttern. Vielleicht nicht einmal jährlich. Jetzt Point-and-Case-Anime in meinem Fall. Und dass man sich trotzdem dem noch zugehörig fühlen darf. Das ist jetzt so ein Gedanke, den ich damit rausziehe. Ich gucke seit Jahren kaum nach Anime. Einmal aus Desinteresse. Und das habe ich mittlerweile festgestellt. Andererseits aus Zeitmangel. Weil es einfach zu viel ist. Also Anime ist auch so ein Medium. Das bombt einen einfach wöchentlich mit neuen Serien zu, die alle 12 bis 24 Folgen haben. Es ist nicht möglich, da up-to-date zu bleiben. Es geht einfach nicht. Es ist zu viel. Und ich liebe Filme. Und gucke die pointiert, aber auch nicht mehr so viel, wie ich sollte. Und Netflix und so dergleichen habe ich mir nie zugelegt. Und ich weiß auch, warum das ... Aber auch Videospiele. Ich bin quasi in den letzten ... Es werden jetzt auch schon wieder 10 Jahre sein. 5, 6, 7 Jahre bin ich quasi aus jeder Leidenschaft, auf der ich eigentlich vielleicht mal Experte war, bin ich rausgerutscht. So Anime, Manga, Gaming, Filme. Was man eben so hat. Bin ich quasi so nicht wirklich aktuell. Oder habe so den umfassenden Überblick. Was gibt es alles? Weil es einfach zu viel ist. Und weil man überall rausrutscht. Und nie wirklich aktuell dabei sein kann. Weil man irgendwie alles will. Und wäre man konsequent und würde sich nur für ein oder zwei Medien interessieren, dann würde man da wahrscheinlich auch irgendwie up-to-date bleiben können. So einigermaßen zumindest. Aber wenn man alles will, dann hat man von allem ein bisschen. Und ist nie so wirklich in irgendwas gut. Gibt es Sinn? Ich denke, das ergibt so größtenteils Sinn. Was sind weitere Lösungsansätze? Vielleicht abgesehen davon, nicht seinen Schlaf zu vernachlässigen, weil es wirklich nicht gut ist. Aber ich tue es. Und es hat sich wirklich bemerkbar gemacht in den letzten 2, 3 Jahren. Also die Augenringe, die Haut, die nicht gut aussieht. Das sind alles Begleiterscheinungen, denke ich, von Schlafmangel. Abgesehen vom kognitiven Verfall. Vom kognitiven, sprachlichen Verfall. Vom Erinnerungsvermögen, das geringer wird. Von der Geduldsspanne, die abnimmt. Also Schlafmangel ist eine ganz üble Sache. Und Schlaf sollte eigentlich heilig sein. Aber dafür muss man dann eben diszipliniert sein. Und das ist dann das, wo man sich vielleicht jeden Abend wieder sagt, ach komm, einmal noch scrollen. Ich hatte so wenig Zeit heute. Was soll's, die paar Minuten weniger. Zack, 2 Stunden weniger Schlaf. Wieder 5 Stunden Schlaf. Schwierig. Nächster Tag ist direkt in Schieflage. Oh. Ja. So, Thema Sozialkontakte mit Zeit in Einklang bringen. Ich persönlich habe ja in Hamburg nicht so viele Sozialkontakte, auch wenn ich mir ganz aktuell welche aufbaue. You know who you are. Aber man hat ja vielleicht auch Online-Freunde. Und das sind dann gar nicht so wenige möglicherweise. Und man hat vielleicht aber auch ein paar Offline-Freunde in der Realität. Und die möchte man ja auch alle irgendwie unterbringen in diesem Wochenplan. Und wenn man sich vielleicht zum Essen trifft oder zum Spielen oder so, gehen da ja auch schon mal 2-3 Stunden drauf für einen Freund. Vielleicht verbindet man das auch und trifft sich dann zu dritt oder viert. Gut für euch. Aber auch das ist so eine Sache. Und ja, dann gibt es so Sachen, dass man vielleicht im Jahr Messen besucht oder Commensions besucht oder Konzerte besucht. Auch das will geplant werden. Auch das sind alle so Zeitfresser-Sachen. Aber Sozialkontakte, alle zu pflegen. Und dann gerade für die Leute, die nicht physikalisch in derselben Stadt wohnen. Und die man dann vielleicht nicht durch den Zwang sieht, dass man sie einfach auch treffen kann und möchte. Und dass sie in der Nähe sind und dass es sich noch anbieten würde, mal wieder was zusammen zu machen nach einer Woche. Auch die möchten ja ihre Zeit haben. Auch die möchten ja respektiert werden. Und da möchte man vielleicht noch mal neue Leute kennenlernen. Und auch das, alles wieder in der Zeit drin. Deswegen sagen, glaube ich, auch jetzt seit einigen Jahren, das liest man auch auf Reddit unter anderem wieder und hört das vor allem wieder, gerade in der IT-Bubble. Oder fassen wir es mal etwas allgemeiner zusammen, in den besser betuchten Berufen, in den besser bezahlten Berufen, geht man deswegen, glaube ich, auch verstärkt auf die 30-Stunden-Woche. Also das wären dann entweder drei oder vier Tage oder tatsächlich nur sechs, fünf bis sechs Stunden am Tag. Und das ist dann, glaube ich, noch mal was ganz anderes als meine publique 35-Stunden-Woche, was auch schon anders ist als 39 Stunden, ist eine Stunde weniger am Tag etwa. Also das macht sich bemerkbar. Aber 30-Stunden-Woche, immer wieder mit der Begründung, was soll ich mit dem Geld, wenn ich keine Zeit habe, es auszugeben? Lebenszeit ist wichtiger als Geld. Und das ist mir einfach so viel mehr wert, als ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja, allerdings kommt es eigentlich meistens, wie gesagt, nur von den Berufen, die sich das auch leisten können. Wenn du in Hamburg wohnst und zum Beispiel, wie ich, im Sozialbereich arbeitest oder Student bist, dann musst du dir das auch erst mal leisten können, in Halbzeit zu arbeiten und dennoch hier eine Wohnung zu bezahlen und zu leben und Strom zu bezahlen und dir vielleicht ab und zu noch mal ein Buch zu kaufen oder Lebensmittel. Ganz verrückter Gedanke. Und das geht meistens nicht. Also das ist schon, glaube ich, dann etwas, was den etwas besser betuchten Berufen vorenthalten ist. Oder du hast eben einen Partner oder eine Partnerin. Ganz klare Sache. Oder lebst in einer WG. Und ihr verdient, ihr habt zwei Gehälter. Und dann ist das wieder eine ganz andere Sache. Und da sind die Pärchen natürlich auch, wie in jeder Hinsicht des Lebens, da privilegiert. Und dann kannst du dir das vielleicht leisten. Aber als Junggeselle in einem nicht so stattlich bezahlten Job schwierig. Auch wenn man es gern würde. Und viele einem dann sagen, ja, aber dir muss doch deine Zeit wichtiger sein als das Geld. Und mach das doch. Und ich blächle die Leute, die dann Vollzeit arbeiten. Das ist so ein ziemlicher FDP-Standpunkt, glaube ich. Also so ein ziemlich abgehobener und etwas arroganter, ignoranter Standpunkt. Dass Leute, die nicht in Teilzeit arbeiten wollen, denen dann das Geld scheffeln wichtiger ist oder dergleichen. Viele können es einfach nicht. Es geht einfach nicht so wirklich. Gerade in einem Sozialberuf oder so, wenn du unter 2000 netto draus hast, dann arbeitest du nicht Teilzeit. Es geht, ist einfach nicht möglich. Leben ist so nicht möglich. Und das ist bedauerlich. Und das ist einer der Gründe, warum es schöner wäre, gerade auch inflationsbedingt etwas mehr Geld zu bekommen. Aber auch, wenn man die 4-Tage-Woche ernster ins Visier nehmen würde. Alleine, wenn man sich das überlegt, wie diese 2 Tage des Wochenendes, die ja dann so dominiert und unterdrückt sind vom Konflikt des eigenen Zeitmangels, wo alles reingeschoben wird, Living for the Weekends, wie das entzerrt werden würde, wenn du plötzlich nur noch 4 Tage arbeiten würdest. Na, so ist schon mal ein Tag weniger, diesen Grind. Und dann hast du einen Tag mehr zur Verfügung, einen Abend mehr zur Verfügung, um lange zu machen. Und einen Tag mehr, um das alles unterzubringen. Ganz anderes Lebensgefühl. Wird ja auch von Studien so ausnahmslos belegt. Wird ja auch so von Arbeitgebern, die es durchgezogen haben, ausnahmslos belegt, dass es zu höherer Produktivität führt, dass es besser ist, dass es mehr bringt. Aber nicht in Deutschland. Also, wo kämen wir denn dahin? Wo kämen wir denn dahin? So haben wir das schon immer gemacht. Den jungen Leuten fehlt doch jetzt schon der Bock für niedrige Gehälter, 39 bis 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir denen noch einen Tag freigeben? Nee, das läuft nicht. Und so muss man sich weiter die Frage stellen, wenn man nach Hause kommt, was mache ich jetzt mit den wenigen Stunden, die ich zur Verfügung habe? Und wie gesagt, gerade für mich als Mensch, der ich sage, okay, ich möchte schreiben. Ich möchte hier und da auch mal ein paar Seiten schreiben, auch wenn ich es nicht so oft mache, wie ich müsste, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Das ist vielleicht auch eine Ausrede, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht genug Zeit, um mich jetzt ernsthaft aufs Schreiben zu konzentrieren. Der Videos macht, der tatsächlich einen ziemlich hohen Output hat. Ich habe einen höheren Output als die meisten YouTube-Kanäle, weil halt auch eine Menge Trash dabei ist. Aber in meinen Hochzeiten veröffentliche ich aller drei Tage ein oder zwei Videos. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel Arbeit und Zeitaufwand dann da reinfließt, wenn du aller drei Tage, und das sind auch Wochentage, wenn du dann nach Hause hast, diese fünf, sechs Stunden höchstens, und davon Schlafen, Abendbrot, Körperhygiene, Vorbereitung für den nächsten Tag geht alles ab. Aber so hast du wahrscheinlich effektiv so drei bis dreieinhalb Stunden Freizeit, die du nicht mit irgendeinem Grundbedürfnis erfüllen musst. Und davon fließen dann in diesen Zeiten anderthalb bis zwei Stunden in Videoproduktion. Und am Wochenende natürlich die größeren, längeren Dinger. So, jetzt stellt euch mal vor, wie viel prozentual dann von mir zum Beispiel Videokram ist für den Kanal, für den ich keinen Cent bekomme, noch niemals einen Cent mit der Staubstube verdient habe, gar nichts. Weder an Spenden noch, natürlich, ich habe nicht tausend Abonnenten, ich kann nicht monetarisieren, das schon gar nicht. Und bei dem verhältnismäßig kaum Leute zuschauen. So, alles einfach, weil man da Bock drauf hat. Und das könnt ihr ja vielleicht substituieren gedanklich auf, was auch immer ihr tut. Ihr macht Musik, ihr zeichnet ein bisschen, ihr macht Pen & Paper, Settings für andere. Ihr schreibt Fanfics, was auch immer. Also, es ist völlig egal, was es nun ist, ob es nun die Staubstube ist oder was ganz anderes. Ja, und da fragt man sich dann schon manchmal, wo liegen im Leben eigentlich die Prioritäten? Du hast Spaß mit dem Videokanal, du hast Spaß damit, ein bisschen was zu schreiben, du hast Spaß damit, Pen & Paper zu machen. Aber es ist auch alles, es ist auch alles eine Zeitsache. Und man wird nicht jünger, ne? Und man guckt sich um und plötzlich ist wieder ein Jahr vergangen. Das ist auch, das ist auch, glaube ich, nochmal ein Themenpunkt, den man anschneiden kann. Wie schnell, wenn man erwachsen ist und immer schneller, proportional dann die Jahre umgehen, ne? Es gibt ja auch so ein altes V-Source-Video auf YouTube, wo er nochmal erklärt hat, warum sich die Jahre immer kürzer anfühlen, je älter man wird, wenn man quasi ein Jahr alt ist, hat man 100% seines Lebens in diesem Leben gelebt. Wenn man zwei Jahre wird, ist es immer noch 50% des Lebens, drei Jahre, und dann nimmt es prozentual immer ab. Wenn du 20 wirst, ist es quasi nur noch ein Zwanzigstel deines Lebens, der mit diesem Jahr vorüber geht. Also es wird ja immer weniger, weswegen es sich immer schneller und kürzer anfühlt dieses Jahr. Und ich werde jetzt 30. Das heißt, es wird dann nur noch ein Dreißigstel meines Lebens sein. Und es ist jetzt Anfang Februar. Es ist schon wieder ein Zwölftel, mehr als ein Zwölftel von 2024 ist schon wieder vorbei. Und im März, wenn der März rum ist, ist es schon wieder ein Drittel, nee, ein Viertel von 2024 vorbei. Es ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Und dann ist der eigene Geburtstag wieder vorbei, und dann war Ostern wieder vorbei. Und es geht wahnsinnig schnell runter. Und dann guckt man oft zurück und denkt sich, was hast du eigentlich dieses ganze Jahr über gemacht, außer vom Computer zu sitzen, der Arbeit hinterher zu rennen, vielleicht mal ein paar, natürlich ein paar Messen zu besuchen. Das waren dann so die coolen Highlights. Aber du hast eigentlich meist nur an den Wochenenden was gemacht und dann auch eher produktiv gewesen. Die Jahre gehen wahnsinnig schnell vorbei. Und teilweise steht man dann vor den letzten fünf Jahren und fragt sich, wie hast du denn die sinnvoll zugebracht? Das geht jetzt fast schon wieder an einen anderen Deep Talk. Aber die Zeit rast teilweise. Und das nicht nur am Tag, sondern auch im Monat und im Jahr. Vergeht wahnsinnig schnell. Und man nimmt sich dann vielleicht für ein neues Jahr wieder neue Projekte vor, die man dieses Jahr umsetzt. Dann ist man Mitte des Jahres und denkt sich, wie soll ich es schaffen? Es sind doch schon wieder so viele neue Sachen. Ich will doch auch mal wieder dieses Videospiel weiterspielen. Ich will doch auch mal wieder ein Video machen. Wie soll ich dieses Projekt, das ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, überhaupt noch angehen? Das ist unter anderem ein Grund, warum es so toll wäre, auch jetzt neben der Vier-Tage-Woche, gehen wir mal wieder in ganz utopische Gegenden, so ein kompromissloses Grundeinkommen zu haben. Einfach mal Lebenszeit nutzen. Natürlich immer noch vielleicht arbeiten. Es gibt ja viele, die sagen, dann würde man gar nicht mehr arbeiten. Wie soll das denn gehen? Das ist natürlich Quatsch. Man arbeitet ja nicht nur, weil man Geld braucht, aber man arbeitet vor allem so viel, weil man Geld braucht. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich immer noch 10 bis 15 Stunden locker arbeiten wollen, wenn nicht 20 in der Woche. Weil mir das sonst, ich merke, wenn ich doch mal längere Zeit krank bin oder über Neujahr und so, irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo ich mir sage, okay, jetzt könnte ich mal wieder ein paar Stunden am Tag arbeiten. Das ist schon eine gute Sache. Und man hätte aber viel mehr die Wahl darüber und könnte einfach so viel mehr mit seinem Leben machen. Könnte vielleicht auch mal Urlaube machen, verreisen. So, das ist ein großer Zeitfressfaktor. Wann im Jahr hat man eigentlich in einem festen Arbeitsverhältnis, wann hat man eigentlich die Zeit, mal ein, zwei Wochen in ein anderes Land zu reisen? Das muss man eigentlich ein Jahr vorher planen. Und selbst dann ist es teilweise schwierig. Viele kriegen das hin, ich nicht. Also ich verreiche so gut wie nie. Ich war noch nie in einem anderen Land als Deutschland. Was ja mal schade ist, nicht, weil ich es nicht wollte, sondern einfach, weil ich nicht das Geld und die Zeit habe, das auch noch unterzuplanen. Da besucht man ja auch Messen. Ich besuche viele Messen, Anime-Messen in diesem Fall, Gov-Messen, was auch immer. So, und das will lange vorher geplant werden. Und das sind dann immer drei, vier Tage in der Woche, die flachfallen für diese Veranstaltung. Und es gibt nur 52 oder 53 Wochen im Jahr. 52, glaube ich. Und dann, ja, so zerbröselt der Zeitkeks da nun mal. Zeit ist, und das habe ich in den letzten Jahren festgestellt, die wertvollste Ressource im Leben vermutlich als Erwachsener. Deutlich wertvoller noch als Gelten, als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher. Vor allem denkt man ja, als vielleicht Anfang 20er noch, Geld ist die wertvollste Ressource. Ich habe kein Geld, wenn ich irgendwann mal richtig Geld verdiene. Dann ist alles gut im Leben. Und mittlerweile ist es eher eine Not. Als Erwachsener merkt man dann irgendwann, gerade wenn man in einer Großstadt lebt, es ist eine Not. Man verdient nicht mehr Geld, weil man es gerne macht und weil man es ausgeben möchte oder sparen möchte, sondern weil man es braucht. Und vielleicht fällt ein bisschen was dafür ab, dass man sich dann mal ein Buch oder ein Videospiel kauft oder eine neue Hose. Aber man muss. Aber man merkt dennoch, die Leute, die in Teilzeit arbeiten, haben recht. Zeit ist die wichtigste Ressource. Du hast so wenig davon und die Jahre fliegen dahin und du wirst alt und bist plötzlich 30 und hast kaum was gemacht mit der angeblich schönsten Zeit deines Lebens, die 20er. Zeit ist unbezahlbar. Ich glaube, das sind so langsam die abschließenden Gedanken dazu. Das ist jetzt zumindest so der Wort- und Gedankenstrom, der sich aus meinem Mund in Richtung Kamera entladen hat und der sinnvoll ist. Ab jetzt würde es, glaube ich, garantiert geistlos werden. Und das wollen wir ja nicht. Das ist ja zu vermeiden. Und ich möchte ja auch eure Zeit respektieren, die ihr jetzt wahrscheinlich eine knappe Stunde wieder, 40 Minuten, 35 Minuten, in diesen Deep Talk gesteckt habt, möglicherweise. Und ihr hättet so viel anderes damit machen können. Das ist jetzt auch wieder dieses Comparison-Issue. Was hättet ihr alles in dieser Zeit machen können? Ihr kriegt die Lebenszeit nicht wieder, aber ihr hättet so viel machen können. Ihr hättet in dieser Zeit zwei, drei Folgen eines Anime gucken können. Ihr hättet einen halben Film gucken können. Ihr hättet eine Folge von einer Netflix-Serie gucken können. Ihr hättet so produktiv. Was hättet ihr alles machen können? Ihr hättet zehn YouTube-Videos machen können. Ihr hättet eure Wohnung aufräumen können, ihr faulen Säcke. Habt ihr alles nicht gemacht? Stattdessen habt ihr euch diesen Scheiß hier angehört. Und die Frage ist jetzt, was zieht ihr daraus? Respektiert euren Schlaf. Nutzt eure Zeit. Setzt Prioritäten. Seid okay damit, dass ihr nicht Filme, Anime und Cartoons gleichzeitig an einem Tag gucken könnt, sondern es ist auch mal okay, alles zu verpassen und trotzdem auch dazu zu gehören. So. Wow. Lebensweisheiten mit Juraiko. Ja. Ich denke, das war der Deep Talk zum Thema Zeit. Einfach mal den Gedankenfluss seinen Lauf lassen und ein bisschen was raushauen. Lasst mich gerne dazu wissen, was ihr über das Thema denkt. In den Kommentaren oder anderswo. Auch hier läuft man nicht ganz so sehr Gefahr wie beim letzten Deep Talk, die ganze Bullshit-Brigade aus ihren Löchern zu locken, sondern ihr könnt gerne frei dazu schreiben, was ihr möchtet. Und ich werde eure Meinung wahrscheinlich auch respektieren, weil sie nicht komplett saudämlich ist. So. Das ist der Deal, den wir an der Stelle machen. So. Ja. Jetzt habe ich lang genug drum rum geredet, dass es die Up-Mod und vielen Dank, dass ihr zugehört habt in der Beschreibung, alle Deep Talks. Wie gesagt, würde mich interessieren, wie ihr mit dem Thema Zeit umgeht. Für mich ist es, ist und bleibt es ein belastender Faktor, von dem ich hoffe, dass er vielleicht im Studium ein bisschen passabler wird, wenn ich studieren darf, wenn ich studieren kann in Zukunft. Wir werden es sehen. Ich bin raus. Vielen Dank. Bis dahin. Bis zum nächsten Deep Talk. Juraiko, Staubstube, bla. Ciao. Ciao.